Während der Einzelhandel auch in Brandenburg weitergeschlossen bleibt, dürfen Friseurbetriebe ab dem 1. März wieder öffnen. Zur Begründung heißt es, dass insbesondere ältere Menschen auf diese Dienstleistungen angewiesen seien. Für Peggy Noting aus dem Senftenberger Haarladen ist die Zeit des Wartens vorbei. Nach dem jüngsten Treffen von Bund und Ländern hat sie nun Gewissheit, der Salon ihrer Chefin darf wieder öffnen. Nach einer harten Zeit? Es war, ich sag mal, ich hab's so angenommen, wie es halt war. Ich hab meine Zeit genutzt, für meine Familie, für mich selber auch mal ein bisschen. Aber ich hab natürlich auch meine Kunden vermisst und deswegen bin ich jetzt froh, dass es natürlich jetzt ab 1. März losgeht. Und ja, die Telefone laufen heiß. Auch für die Kunden ist es eine Erlösung. Ja, die sind total happy. Die nehmen den Termin so an, ja, nehme ich, komme. Woran freut dich am meisten? Auf unsere Kunden. Auf endlich arbeiten, kreatives Arbeiten wieder. Wird Zeit. Viele Einzelhandelsgeschäfte hingegen bleiben auch am 1. März weitergeschlossen. Ob und wenn ja, welche Bereiche nach dem 7. März öffnen dürfen, ist heute noch offen. ... Vielen Dank.